und der Moral. Dem nächsten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen, über die richtige pastorale Hilfe für wiederverheiratet Geschiedene. Die richtige Weise, wiederverheiratet Geschiedenen zu helfen, wäre, die Werke der Barmherzigkeit zu üben, und zwar der geistigen Barmherzigkeit zu üben. Und zum Beispiel eines der Werke dieser geistigen Barmherzigkeit besagt, Unwissende belehren, Zweifelnden den richtigen Rat zu geben und für die Lebenden beten. Wir müssen mit viel Liebe, natürlich mit viel Taktgefühl und Geduld diesen Menschen helfen. Dass sie mit der Gnade Gottes, eben Gott nicht mehr durch die schwere Sünde des Ehebruches beleidigen und das heilige Band ihrer ersten sakramentalen Ehe nicht weiter entweihen. Denn dieses Band besteht ja noch und ist heilig. Und dieses Band kann der Mensch nicht auflösen. Das hat Gott zusammengefügt. Also wir können vieles tun, um diesen Menschen zu zeigen, dass die kirchliche Gemeinschaft sie ernst nimmt, dass die Kirche sie nicht vergisst und ihnen stets helfen will. Inwiefern? Eben damit sie den Willen Gottes durch ihre Lebensweise nicht missachten, sondern erfüllen. Mit der Hilfe der Gnade, mit der Hilfe der Kirche. Man kann diese Menschen zum Beispiel zu Wallfahrten einladen, zu eucharistischen Anbetungen, zu Exerzitien, zu religiöser Fortbildung, zur Teilnahme an Werken der Barmherzigkeit. Das Wichtigste wäre für diese Menschen, dass sie die Gnade der wahren Demut erbitten von Gott. Demut bedeutet in Wahrheit die eigene Sündhaftigkeit bekennen. Das ist Demut. Demut ist immer Mut zur Wahrheit. Nur den Demütigen gibt Gott seine Gnade, schreibt der heilige Apostel Jakobus in seinem Brief.